Wir stehen hier am Blumenstand vor Meld. Jenny und Isabel haben uns dazu beauftragt, ihnen ein paar schöne Kränze zu flechten. Und Christian meinte, er kann das besser als ich. Auf seine arrogante Art und Weise hat er mich herausgefordert und das werden wir jetzt mal sehen, wer hier der bessere Blumenflechter ist. Und ich wurde angehalten, gelbes Gestrüpp zu nehmen. Fingerfertigkeit ist hier gefragt. Hast du das? Kannst du das? Mann! Der hier scheint schon recht stabil, aber hat hier noch so ein paar Spitzen? Nicht so ganz ausgeglichen. Da fallen die ersten Blumen raus. Bei dem weiß ich jetzt nicht so genau, wo oben und unten ist. Ja, also da gibt es doch keine Verlierer, oder? Ihr seht beide fantastisch aus. Okay, es war, finde ich, ein wenig schwieriger, als es aussah. Aber ich finde, wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Definitiv. Also, ja, definitiv. Meiner ist ein bisschen besser geworden als deiner, aber es ist nicht schlimm. Es wird sich zeigen, es wird sich zeigen, was die Mädels dazu sagen und denen werden wir das jetzt erst mal bringen, würde ich sagen. Alles klar, machen wir. Hopp, denn.